Wenn es noch ein bisschen abwärts geht man, jetzt musst du den... Jetzt musst du den... Drei Jahre vorher hatte ich einen Irrschlag. Das war der erste Gedanke, als ich das überhaupt realisiert habe, als ich wieder zu mir gekommen bin. Ich dachte schon, nein, so schlimm. Im Bündeland kann man das eben nicht kaufen, darum macht es das eben auch so wertvoll. Musik Der Toberstein aber auch aufgefallen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020